Herzlichen Händen für Elisa! Elisa, dein Bier, dein Stadion, bist du bereit? Ich denke so. Hier ist dein Klub. Vielen Dank. Wie Martin Luther schon sagte, wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken. Ich habe das Glück, gerade jetzt in dieser Runde diejenige zu sein, die ein Bier im Glas haben darf. Und ich bin schon ganz gespannt, was mich erwartet. Wenn ich mir das Bier anschaue, sehe ich rein in der Optik schon ein wunderschönes Bier. Wir haben es mit einem sehr warmen Kupferton zu tun, gleiche Rotstiche, ein sehr massiver, luminöser Schaum, der mir direkt das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Sehr schön weißer Schaum, sehr ansprechend und rein optisch, wie gesagt, wunderschön. Wir sehen eine sehr gleichmäßige, homogene Trübung im Glas. Ich bin gespannt, wenn ich vielleicht das erste Mal eigentliche, was mich erwarten würde in der Nase. Vielleicht sind es sehr karamellige Töne, vielleicht sehr fruchtige Töne. Ich bin gespannt. Wie anders als erwartet, muss ich zugeben. Denn wir haben es hier mit einem sehr fruchtbetonten und ich vermute sauren Bier zu tun. Sauern wäre eine Kategorie auch meiner Lieblingsbiere. Wir entdecken in der Nase fruchtige Noten. Mich erinnert es an sehr schlanke Zitrusaromen, etwas Mandarine. Die Motive reinrichten auch gewisse holzige Noten, valule Noten. Was für mich darauf hindeutet, dass das Büch vielleicht auch die eine oder andere Zeit aufgelagert ist. Sehr komplex daherkommt und, wie die Optik schon verspricht, auch einem direkt das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Ich darf mir den ersten Schluck drinnen. Wir haben es im Antrunk mit einem sehr erfrischenden Bier zu tun. Sehr schön prickelnd auf der Zunge, eine sehr fein russierende Polensäure und direkt die Fruchtbrombe, die einem entgegenkommt. Wir haben ein wunderschönes Aromenspiel aus genau diesen Zitrusnoten, sehr angenehm arbeitet, wie man es schon in der Nase findet. Gepaart mit etwas komplexen Strukturen, den ich jetzt einen zweiten Schluck einmal auf den Mund hier möchte. Diese Holzkohle, die wir in der Nase haben, zeigt sich gerade im zweiten Schluck im Mundgefühl sehr, sehr deutlich. Es ist mit einem sehr frischen, erfrischenden Bier zu tun, das wirklich sehr Lust macht, eine passende Speise dazu zu empfehlen. Mein Favorit hier wäre, wir sind in Italien, eine frische Pasta mit schifferlegenden Mahnsoßen könnte das so wie vorrangig passen. Sehr gut, die Frucht, die frischen Noten ergänzen. Ich vermute, dass es ein heutiges Bereich des Bauers hier ist. Lassen wir den letzten Trunk gleich noch einmal über die Zunge laufen. Ich hoffe, euch allen hat diese WM bisher sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf alles Weitere, was kommt. Ich freue mich recht heftig, vielen Dank. Danke dir, danke dir, danke dir, danke dir.